Jau Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Video. Sorry, wenn die Facecam so ein bisschen flackert. Leute, Microphone aktiviert. Sorry, wenn die Facecam so ein bisschen flackert. Das liegt daran, weil meine Queen's Creed nicht so richtig ist. Ich habe jetzt eine Queen's Creed aufgebaut. Guckt. Ich bin jetzt hier zum Beispiel dabei. Und wir tun jetzt so ein bisschen wie den Server vorstelle nicht alleine, Leute. Ich bin heute nicht alleine. Und äh... Hiiii. Ich bin der Server Admin for seinem Server. Ja, ich habe besser gesagt schon auch noch. Genau. Einmal vorher Admin bei mir. Submod Admin und dann... Na, Admin war ich. Ja, und wir wollen die Server vorstellen. Und zwar wir fangen beim Spawn an. Kommst du zum Spawn? Ja, aber ich mache es mal so. Komm, 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 komm. So. Und zwar... Guck mal, es gibt hier Bad Wars, Medigames, Waro, Bad Wars gibt es auch nicht. Und dann noch... TTT ist es, die wird... Wir fangen mal beim Waro an. So. Hier, das ist Waro. So, aber wird gesucht, dass ich damals ja nicht so vieles nochmal gibt. Brauchen wir ja auch nicht. So. Ich gehe... Klick mir nicht auf die Schulter, aber wir spielen gleich eine Runde. Und zwar... Leute, hier gibt es sogar TNT Run. Spiele ich auch. Spiele ich auch. Aber das geht, funktioniert irgendwie nicht. Ist das? Bei mir ist das gar nicht angezeigt. Äh, wo bist du? Du musst einfach zu Minigames gehen. Gibt es bei mir nicht. Also da. Vielleicht. Ja, und hier gibt es TNT Run, Knockout, Knock FF. Wollen wir mal TNT Run über spielen? Oder was willst du? Knock FF. Komm. Knock FF. Ist off. Ah, na doch, eine Runde. Guck mal. Leute, wir können sogar... Ich habe sogar Rechte dazu. Guck mal, wir machen mal ein Join Me. Guck. Kommst du? Ja, wo bist du? Ich bin da irgendwo beim Villager, beim Shop. Leute, ich soll den Sauerstoff vorstellen. Ich bin gut. Ey, wo bist du? Kannst mich nicht schicken. Ja, mhm, der geht wenig auf. Also da bist du, lol. Ja. Ey, ZockeTV hat mich umgebracht. Wie erlos ist, er stand da oben und schaß mich ab. Ja, aber ist das mit dem John? Ey, Junge, YoloTV stammt mich einfach weg. Warte mal. Ey, komm, können wir ohne die... Kannst du zocken bei Kicken? Frage. Nein, ich habe keine Kickrechte. Oder? Und was? Kick. Sie haben keine Rechte. Okay. Kannst du... Warum hast du Jamie gemacht? Können wir andere Runde gehen, wo er nicht weißt? Mach mal ganz kurz, was er schafft. Die Mann kann es kurz im Minigens. Leute. Erschafft. Wir können doch auch spielen, oder wir spielen mal. Oh, war Tee Run. Okay. Wo, welche Runde? Dann. Nein, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Ja, wir spielen heute eine Tee Team Run. Ich hoffe, dass es jetzt endlich gemacht wird, weil das hat vorher nicht gefixt. Alter, geil. Mein Tee Team Run ist 1-2-Lindling-Spiel-Modi. Aber ich weiß ja nicht, wie das geht. Ich habe... Äh, auf dem Server kann man nicht durchfallen und alles, und das kann man abbauen. Ja, ich kann abbauen. Ich habe die Map ein bisschen zerstört. Ich habe die Map ein bisschen zerstört. Geh raus. Das wird nichts ab. Können wir mal bei Minigames Dings spielen? Wie heißt es? Knockout? Knockout. Ich bin schon rausgegangen. Oder wir spielen eine Tee-Tee-Tee-Runde. Meinen Sie nicht geht? Wir waren ja gerade drin. Tee-Tee-Tee. Also, Tee-Tee-Tee-Jack. Ja, ist beides gezinkt. Tee-Tee-Tee-Tee. So, ich starte mal das Game. Ist gut, dass ich starte recht habe, oder? Ja. Leute, wir können öfter hier mal Tee-Tee-Tee zongen. Oder die Khoo, damit jemand an Das und so. Aber... Ich kann nicht... So, ich kriege keinen Fallsch Internet, oder? Wie die drei Kisten da, Junge? Oh Gott, oh Gott. Die Hunden sind auch beim verdönsten Kisten. Gibt es nur... Wie viele Kisten braucht man? Drei, oder? Wie viele Links selber. also aber Leute ich bin hier und bei der Endertour war keiner wo ich weiß wo ich bin Leute flackert so ein bisschen ich bin ein innocent ich hab ich krieg die du hast richtig gekillt ich hab minus 20 Kamer bekommen ich hab gar keine Karma so egal jetzt gehen wir spiel mal was anderes und zwar bad was geht ja leider nicht hier gehen wir mal ganz los auf Citybild leute guck mal soll ich da mal ein Join me machen ne das ist kein Online aus dem Wirtball so Leute ich geh mal ganz ganz zu meinem Home hier so sieht mein Home aus kommst du Nico Nico ich bin ja ich komm schon warte mal äh Bugs I'm Searing hey ich bin der Night du darfst drauf hey du hast dich schon mal aufgenommen da so ich hab dich jetzt hinzugefügt aber oh danke du kannst jetzt auch Türen öffnen äh was bauen wir miteinander da ich hab ein Riesenhaus merkst du das schon ja das hab ich mir so ein bisschen gecheatet weil ich ja auch gar keinen Gamebook mehr hab aber ich hatte vorher Gamebook so Verlosung kann ich ja auch machen Leute ich das erlaubt und so so netherrack schenke ich dir mal zwei Stacks von ja danke ja äh ich hab ich hab eine Frage gibt äh können wir mal Knockout spielen hier bleib mal bleib mal stehen ich geb dir mal 19 Holz hier ist das gut eigentlich ja danke vielleicht kannst du hier vielleicht zockt oh gosh findest es cool dass ich hier Supporter bin ja spielen wir Knockout jetzt kurz mal nur zu zweit halt ohne ihn ich bin grad nur da sein Lobby nicht wohl da ist ja auch nicht schlimm oder äh ja aber die Idee ist Minigames Knockout Knockout 1 die Spiegel hier bin ich auch gut drin und so einer auch auf Mainz ist weiß ich da mal fünf äh zweiundundfünfzigster naja du willst du es einfach dein Leben komplett Bruder review ich gerade ja was sauer oder du willst du einfach mehr als wie ich Bruder weißt du mich mit User nein du hast OneClick aber du willst einfach weniger Knockout als ich Bruder wie viel Klick dazu all ich habe gerade mit und ich habe ich sieben und mit Wattefleisch habe ich zwölf ich habe gerade neun Klicks mal bitte noch weg ich habe mich gefühlt bei der Sprache schon ist wenn ich schon ein bisschen gut eigentlich wie das Werk äh er ist besser ist wie ich das ist der erste den ich in Knack FF ab es ist sehr aus ich scheiße muss ich gar nicht so bin zwar eigentlich ist die sich seit dem ersten bis zu gehen so aber nicht so was einmal habe ich über YouTube Zuschauer spielt und zwar gegen abgehauen war das damals hallo was ich nicht bekomme D heute darf die ich die Aufnahme die es doch cool oder wenn man ja wieder konnte dabei kauft die das hat man da ja Möbel gesehen konnte ich erinnern bei Videos ich habe da halten nicht gesehen ich habe es ein neun gesehen habe ich viele Videos auf YouTube schon ab da ja ich habe es nicht zu sein und wird das kann ich hier mit auf die Angelegenheit hier sind würde die Betriebs drauf einsteig ist dass ich habe keine Rechte zu es lässt es müssen auch mal fixen Jürgen Prozent recht wenig bis doch der Fee ich bräuchte ich auch Kick und Mut recht ist und das ja und dann recht auch nur für eine halbe Stunde weil die Autos oder für vier Tage und das würde auch reichen oder Nee, weil halbe Stunde, weil dann können die Admin's halt nachschauen, was der gemacht hat. Und wenn's wegen Hacking wäre? Dann auch, weil dann... Mords könnten vier Tage fahren, reicht das? Ja. Oh, nein, 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 nein. Äh, was kann ich... Wo ist der Shop? Ich kann mir gar nichts kaufen. Wo ist der Shop? Hab ich dich? Hab ich dich? Wusstest du gar nicht, dass ich so gut bin? 1200. Ja, ich hab mal geschaut, was im Shop gibt. Die war da zu snöcke. So, mich. Hey! Komm runter, du... Hast du ein anderes Glitz auch? Team ist hier verboten. Mit einem Mann bestraft, das ist das Anti-Cheat. Ist das gut eigentlich, wenn man so ein Anti-Cheat hat? Ja. Bräuchte ich sowas auch? What? Ja, wir brauchen auch wieder Knöcke, das von zum Server. Meinst du genau sowas? Wird man das mit Game-Mod machen, oder nicht? Aber du hättest ja auch alle Rechte und so. Ja, ja, aber das... Ich bräuchte... Wir müssen... Wir müssen die Maps kleine machen. Scheiß mir, ne? Meinst du die... Das ist jetzt so riesig, meinst du? Ja, die Mitte ist so riesig. Bin ich schon. Kriege ich schon wenig da noch ein Knockback eigentlich. Du kriegst immer weniger als ich, Jugendliche. Jetzt hab ich gerade... Nein, mich nicht. Bin ich auch gut auf... Ich bin grad nicht so aufgewählt, weil ich hab immer lange PvP gespielt. Schon bin ich gut. Wo ist es du gar nicht so bin? Nein, eigentlich nicht. Ich sag dir, es ist CB-Bauen. Hättest du gedacht, ich kann nur... Hättest du gedacht, ich bin so einer wie es ist, Geiger und Vogel und Bauer nur? Äh, ich schau dir nicht, weil die rasten mir immer zu viel aus. Hast du die mir? Ja, weil ich, dass ich denke, ob ich es und so... Ich war schon mal... Ja, ich war schon mal auf Durchrasten-Supporter, aber... Als ob du so ein Support warst. Ja, weil ich da... Weißt du, was ich bin da nur rausgeflogen worden, weil ich den ganzen kompletten Zauber gegrieft hab. Hab dich... Wusstest du gar nicht, dass du um mich verbar war? Nee, aber du kriegst einfach... Ich möchte dich, du bist in den Rand und dann kriegst du wieder mal die Spur komplett, ne? Kriegst du mich gar nicht? Ich hab ja auch keine Hexia-Play-Mod. Weil es auch mit Levy-Mod wird es nicht gezeigt, er schnitt auch wohl. Das ist das, was ich denke, ich habe Hexe, so da, wie das so aussieht. Sieh das so aus wie Hex. Ja, schon. Ah, ich bekomme nicht zurück. Scheiß-Anti-G. Ich hab 10.000 Euro bekommen. Ist kein Scheiß-Anti-G. Ich hab auch so Adi-G-Track-A-C. Flash-AC. Nico. 26. Glock. Glock. Back. So. Ja, schlag mich wieder mein Sitzes. Aber jetzt hab ich dir... Ich hab das jetzt so gemacht, dass du... Dass du nicht mehr rumwachst und so. Hab ich das gut gemacht? Ja, ich mag trotzdem noch zurück, wenn ich renne. Aber weißt das, ich hab von Adi-Tit eigentlich auch... Keine Rechte, weißt das? Ja, ich werd trotzdem noch zurückgebannt. Park, wenn ich renne und du mir noch weggebst. Von Lockback hat schon auch von den Hits. Ja, aber bei mir... Bin jetzt, geh ich schon noch ein bisschen besser aus. Fuck. Aber Lockback bin ich ja absolut genug, die es hat zu dir. Und CD-Bild müssen wieder drauf. Sonst weiß ich nicht. Lugendorger zu CD-Bild hätten auch gereicht. Okay, wir spielen mal was ganz anderes. Nee, das macht voll viel Spaß. Leute, ich werde mal damit auf, darf ich wünsche dir. Und sehr schönen Tag, gefühl die Folge. Mit dem Daumen nach oben. Ciao.